Guten Tag, mein Name ist Murat Zerhouni. Ich arbeite als Ingenieur im Bereich Straßen- und Verkehrswegebau in der Anwendungstechnik bei Hüsker Synthetik. In diesem Videocast möchte ich Ihnen gerne die Funktionsweise geosynthetischer Asphaltbewährungen vorstellen. Die Verkehrsbelastung auf unseren Straßen und Flughäfen nimmt stetig zu. Der wachsende Bedarf an Mobilität, Dienstleistungen und der Anstieg des Güteraustausches bringen die vorhandene Verkehrsinfrastruktur an ihre Belastungsgrenzen und hinterlassen dabei markante Spuren. Jahres- und Tageszeitbedingte Temperaturwechsel tragen zusätzlich dazu bei, diese Spuren in Form von Schäden wie Verformungen, Risse und Schlaglöcher sichtbar zu machen. Befestigungen und Fahrbahnen aus Asphalt und Beton sind sehr hohen und nahezu dauerhaften Beanspruchungen ausgesetzt. Und trotz allem müssen Sie Ihre Aufgabe erfüllen, Menschen zu verbinden und sie mit Gütern und Leistungen zu versorgen. Unsere Straßen und Flughäfen unterliegen einem kontinuierlichen Optimierungsprozess. Die knappen Ressourcen und das gestiegene Kostenbewusstsein bei allen Baubeteiligten erfordert die ständige Suche nach innovativen Baustoffen und nachhaltigen alternativen Bauweisen. Neue, verbesserte Asphalt- und Betonrezepturen sowie Einbauverfahren kommen zur Anwendung. Darüber hinaus werden die Instandsetzungs- und Erhaltungstechniken weiterentwickelt und verstärkt eingesetzt. Eine der häufigsten Schadensarten, insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen in Asphaltbauweise, ist das Durchschlagen von Reflexionsrissen. Vorhandene, gerissene Befestigung, Fugen, Nähte, Aufgrabungen für Fähr- und Entsorgungstrassen und Fahrbahnerweiterungen sind einige Beispiele, die diese Art von Rissen hervorrufen. Unter Einfluss der Verkehrsbelastung und der täglichen und jahreszeitlichen Temperaturschwankungen, besonders durch Frost- und Tauzyklen, findet eine Spannungskonzentration an der Risspitze statt, die ein ungehindertes Fortsetzen der Risse nach oben begünstigt. Gelangen die Reflexionsrisse an die Oberfläche, verschlechtert sich die Situation rapide durch den zusätzlichen Eintrag von Wasser und Sauerstoff. Eine seit vielen Jahren erprobte und effektive Maßnahme, die Fortsetzung der Reflexionsrisse deutlich zu verzögern und zum Teil zu verhindern, ist der Einsatz von flexiblen Asphaltbewerbungen. Die Funktionen einer Asfalteinlage sind in drei Hauptgruppen aufgeteilt und können je nach Anwendungsfall, einzeln oder überlagern durch ein einziges Produkt erfüllt werden. Die abdischende Funktion gegen das Eindringen von Wasser und Sauerstoff in die Asphaltbefestigung, die bewährende Funktion zur Aufnahme von Zugspannungen bei dem Einsatz in einem kraftschlüssigen Verbund zwischen zwei Asphaltschichten, die spannungsabbauende Funktion bei dem Einsatz in einem flexiblen Verbund, zum Beispiel beim Überbauen von Betonfahrbahnen mit Asphalt. Die Anwendungsbereiche sind dabei vielfältig und erfordern die richtige Auswahl der einzusetzenden Rohstoffe. Je nach Art und Beschaffenheit der Unterlage und der geplanten Sanierungsvariante kann zwischen geosynthetischen Asphaltbewerbungen aus Polyester, Glasfaser und Polyphenylalkohol, kurz BVA, gewählt werden. Besonders für den Einsatz im alkalischen Milieu ist die Wahl des richtigen Rohstoffes wichtig. Sanierungen von Betonflächen oder Milchflächen, die zum Teil zementgebunden sind und einen hohen pH-Wert aufweisen, erfordern den Einsatz von alkaliresistenten Rohstoffen wie PVA. Um ein Höchstmaß an Performance zu erreichen, sind neben der Rohstoffauswahl weitere produktspezifische Eigenschaften von wesentlicher Bedeutung. So gibt zum Beispiel die Robustheit gegen Einbaubeschädigungen im Aufschluss darüber, wie leistungsfähig das Material im eingebauten Zustand tatsächlich ist. Einbaubeschädigungen könnten zum Beispiel bei der Verlegung auf gefrästen Flächen durch das Befahren mit Mischgut-LKWs sowie beim Verdichten der oberen Asphaltschichten entstehen. Das erforderliche Testverfahren ist in der DIN 10722 detailliert beschrieben. Ein weiteres Merkmal ist die polymermodifizierte Bitumenbeschichtung mit mindestens 60% Bitumengehalt. Diese erlaubt mittels Reibung und Verklebung eine optimale kraftschlüssige Verankerung zum umgebenden Asphalt und bietet gleichzeitig einen sehr guten Schutz für das Bewährungsgitter gegen Beschädigung während des Einbaus. Eine ausreichende Gitteröffnungsweite fördert zusätzlich die Verzahnung zwischen der Unterlage mit der darüber liegenden Asphaltschicht und wirkt sich somit positiv auf den zu erreichenden Schichtenverbund aus. Im Arbeitspapier 770 für die Verwendung von Fließstoffen, Gittern und Verbundstoffen im Asphaltstraßenbau der Forschungsgesellschaft für Straßenverkehrswesen FGSV sind die wichtigen Eigenschaften und die dazugehörigen Testverfahren für den Einsatz von Asphaltbewährungsprodukten im Straßenbau zusammengestellt. Die richtige Auswahl der geeigneten Systemlösung und die Einhaltung der Verlegehinweise und Regeln des Asphaltstraßenbaus sind vor großer Bedeutung für die Wirksamkeit der Asphaltbewährung. Durch die bis zu vierfache Verzögerung der Reflexionsrissbildung verlängert sich die Nutzungsdauer der sanierten Flächen und somit auch die erforderlichen Instandsetzungs- und Sanierungsintervalle. Weitere Vorteile zeichnen sich während der Nutzungsdauer in Form einer Reduzierung der Anzahl der erforderlichen Baustellen und der damit verbundenen Staus- und CO2-Emissionen ab. Durch den Einsatz der Asphaltbewährung-Katellit können ca. 40% der Sanierungskosten gegenüber der konventionellen Sanierungsmethoden eingespart werden. Insgesamt ist die Anwendung von Asphaltbewährung nachweislich eine wirtschaftliche Lösung bei der Sanierung von Straßen- und Flugbetriebsflächen. Ich hoffe, diese Präsentation war für Sie interessant. Sollten Sie an weiteren technischen Details und Hüskerlösungen interessiert seid, informieren Sie sich doch auf unserer Website oder kontaktieren Sie uns gerne persönlich. Unser Team steht Ihnen auch fachgebietsübergreifend gerne zur Verfügung.